Ich mache es in dieser ganze Karriere. Wir beenden das jetzt. Ganz wie du willst. Ah, genug geredet. Oho. Das ist in seinem Gesicht. Das ist in seinem Gesicht explodiert. Ich stehe direkt vor dir. Ist das dein Blond? Ist das dein Blond? Das ist anscheinend dein Blond. Oh. Das ist mein... Hat sie? Uh. Die dachten also, dass ich dem bisher kein Blond beitrete. Ja. Scheiße. Verdammt. Dieser Mistkerl. Unwichtig. Ich muss weitermachen. Sonst gibt es bald nichts mehr, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Hm. Wie war das nochmal? Menschliche Überlebenswahrscheinlichkeit im kritischen Bereich. Wir dachten also, dass ich mich dem Berserkern beitreten würde. Mich dem Berserkern beitreten würde. Gutes Deutsch, Patrick. Gutes Deutsch. Da oben ist ein Aussichtsturm. Das wird ein langer Weg. 2.000 Jahre später. Irgendwo werde ich doch ein legendärer Schwert finden. Doch. Schlafe ich es nie rauf. Funkempfänger beortet. Versuche Verbindungsaufbau. Was machst du denn jetzt schon wieder, Kleiner? Versuchst du dich etwa mit diesem Turm dazu verbinden? Positiv. Starte ersten Verbindungsversuch. Verbindungsversuch fehlgeschlagen. Starte zweiten Verbindungsversuch. Zweiter Verbindungsversuch fehlgeschlagen. Starte dritten... Lass gut sein, diese Geräusche haben sich nicht gesund angehört. Manuell hinauf. Ich bin der Baum. Ich bin der Baum. I am Groot. Fliebzug. Ja. Ja. Oh. Ich hoffe, es zahlt sich einmal aus. Das wäre doch schon was. Es ist einmal auszahlen, wieder auf so einen Turm rauf zu fliegen. Das ist nicht mehr gestorben. Alles. Nie wieder. Nie wieder. Das kriege ich auf so einen Turm rauf. Das sagt die Karte, dass es hier drüben ist. Bitte rüberkommen. Mann